Hi, hier Massiv. Peace. Geht raus an die ganze Welt. An alle Leute da draußen. Ich habe eine Botschaft an euch. Jeder der die normale Edition gekauft hat, danke. Wer die Premium Edition gekauft hat, danke. Wer die Girly Edition gekauft hat, danke. An alle erdischen Käufer, danke. Jetzt gibt es noch die iTunes Version. Wenn du das Album bei iTunes kaufst, bekommst du noch 8 exklusive Songs, Bonus Songs von Massiv dazu. Also, schau jetzt bei iTunes vorbei. Jeder der ein iPhone hat, weiß ja, wie er da reinkommt. Ein paar Tasten werden da irgendwie rumgeschoben. Da bist du schon bei iTunes drin. Und dann kannst du dich direkt da legal runterladen. An alle illegalen Downloader. Nicht du bist ein hoher Sohn, deine Mutter war schon eine hohe Tochter. Also, pass auf, nicht runterladen. Okay? Immer legal kaufen. Dann feiere ich auf. Deine Musik, falls du auch Musik machst. Und an alle ehrlichen Unterstützer. Guck bei iTunes vorbei. Und es gibt jetzt auch mein Büchlein bei iTunes zu bestellen. Solange mein Herz schlägt. Mein Buch. Kannst du jetzt auch dort bestellen. Es erscheint am 12.10., aber du kannst es jetzt auch schon vorab bestellen. Bei iTunes. Okay? Mein Album. Solange mein Herz schlägt. 21.09. Kannst du jetzt schon vorbestellen bei iTunes. Plus acht Bonus Songs. Und das Buch kannst du jetzt auch schon vorbestellen, dass du pünktlich was zu hören hast und pünktlich was zu lesen hast. Okay? Alles klar, Deutschland. Ihr wisst Bescheid. Ich bin's massiv, der iTunes-Junkie. Boom! 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 Boom!